Moin Freunde und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WWE Legion, wir leveln mit der Schuhgurke. Wir sind eigentlich, die haben da echt einfach den Raketenkopf auf die Windmühle geballert, ne? Meine Fresse, oder? Wowhead, Flashbacks confirmed. Wir sind eigentlich fertig mit dem Samu Flang, dachten wir im letzten Part. Zumindest haben die Boys noch eine Quest, waren aber eigentlich fertig. Vielleicht schicken die uns auch nur weg. Guckt mal, was hier steht. Der Silberblitz, oder? Mal sehen. Wir schauen mal, nach Hause katapultieren. E.T. nach Hause katapultieren, wir erinnern uns vor. Sieht so aus, als wäre eure Arbeit hier getan, Schorkin. Ihr kehrt besser zum Wegeskreuz zurück. Ihr habt Glück, denn der Prototyp meiner Silberblitz X831 ist fertig und sie wartet nur auf eine Probefahrt. Was haltet ihr davon, mit mir einen letzten Gefallen zu tun und eine kleine Spritze so zu machen? Einer meiner Assistenten wird euch begleiten. Ein fahrbarer Untersatz wartet auf der Plattform hinter mir auf euch. Springt einfach drauf, wenn ihr bereit seid. Nice. Notfallhackeballchen. Finde ich ja großartig. Zwei Mal, aber Freunde vom Modell her, oder? Guckt mal, ich meine, das sind irgendwie zwei zusammengeklebte Metallstücke einfach, aber es ist halt ein Notfallhackeball. Schön vom Design her, für so einen Goblin-Schurken oder so. Riesenschraube oben drauf. Kann man mal machen. Das ist so eine Quest, by the way, die hätte ich geskippt mit dem Iron Man. Weil die Chance, dass wir hier wirklich grepieren, so just for the lulls, die ist einfach da. Mal sehen, Goblin-Ingenieurskunst, Freunde. Let's go. Wir kriegen noch jemanden mit, hat er gesagt. Jawohl. Vielleicht schirrt der auch. Kreiseldreh. Mal sehen, der Assistent hier. Let's go back zum Wegeskreuz. Wow, das war ja ein schönes Anlauf nehmen. Wow, ich kann nicht fassen, dass Stotterspritter mich tatsächlich dieses Baby fahren lässt. Stotterspritter. So rum. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das mein erster Flug ist. Aber keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, genau so wollen wir das. Und der hat die Hände gar nicht am Lenkrad, ne? Weiß der das? Wer weiß, was die Brille hier für eine Verschiebung anzeigt. Dann guckt euch das mal an hier. Mann, oh Mann. Schaut euch nur diese Aussicht an. Sind das da Löwen? Jetzt hätte ich fast das Lenkrad losgelassen. Ja, das wäre natürlich fatal gewesen. Na, das, Freunde, das wäre hier der Untergang des Morgen- und Abendlandes gewesen. Hätten wir keine Chance. Ich fände es ja schön, wenn es so getimed wäre, dass wir an den Zeppelin krachen. Wartet ab, bis die Leute zu Hause davon hören. Das ist so abgefahren. Ich finde es auch ganz cool. Ich meine, es hat schon sehr einen Reiz verloren, seitdem wir sowieso hier fliegen können im alten Azeroth, sage ich mal. Aber es ist schon immer was Schönes, oder? So speziell mit so einer riesen Feuerspeinen-Rakete lang zu fliegen. Mein Traum ist es, eines Tages so brillant zu sein wie Stotterspritter. Ihr solltet mal seine Entwürfe für ein zweiräderiges Dreirad sehen. Ja, nun, da sind wir ja zurück am Wegeskreuz. In Sicherheit. Er sagt auch noch, in Sicherheit. Ich habe ein bisschen... Mal sehen. Es wird zumindest krachen, oder? Es wird zumindest... Der Motor ist abgesoffen, ja. Wer hätte damit rechnen können? Was geht hier vor? Vielleicht haben wir zumindest einen Fallschirm. Haben wir ja auch öfter mal. Mal sehen. Nein, 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 das darf nicht sein. Das war echt Teil des Reiseplans, oh Mann. Aber er kann uns zumindest so Pendeln gerade runterbringen, ne? Sieht aus, als müssten wir einen nicht ungeplanten Umweg nehmen. Haltet euch fest, really. Ich denke, der Motor ist abgeschmiert. Wo kommt denn jetzt dieser Speed her? Vielleicht, wenn ich diesen grünen Knopf drücke? Nein, was ist mit dem blauen hier? Nein, wartet. Ich werde ein paar Kabel neu verbinden. Aua. Was zum Fick? Funktioniert alles nicht? Landen wir jetzt wieder oben bei der Tante vom Eschenthal, oder was? Wir sind doch gleich oben. Ich wollte doch nur zum Wegeskreuz. Um Gottes Willen. Ich kann das nicht verhindern. Wir müssen eine Bruchlandung hinlegen. Hier. Wow. Okay, aber wir leben. Wir leben beide. Oh nein, Stotterspritter wird mich oben bringen. Ihr sucht euch besser eine andere Transportmöglichkeit. Ich muss mich mit dem Schlamassel stellen und den weiten Fußweg ins Lager antreten. Okay. Hau rein. Danke für den Flug. Und wir sind echt an einem neuen Questpunkt angekommen. Das war jetzt eigentlich nicht das, womit ich gerechnet habe. Ich dachte, wir haben hier so ziemlich alles. Aber stimmt, hier drüben. Was waren hier noch? Harpien und so, ne? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht weiter. Stimmt. Krass. Krass, krass, krass. Okay. Ja, Freunde. Das sind... Also, Brachland ist für mich ein Sinnbild von den verbundenen Quests, die wir mit Katta bekommen haben. Und das hier war jetzt, glaube ich, nochmal so eine kleine Kirsche auf dem Sahneberg. Darsok. Nach Hause katapultieren. Ich dachte, mit euch wäre es aus gewesen. Schön, dass ihr noch in einem Stück seid. Ja. Ich hatte auch berechtigt ein bisschen Schiss. Räuberische Harpien. Jawohl. Hauen wir um, bringen die Krallen und natzen die Offiziere weg. Bist du hier ganz alleine? Sonst steht da oben immer noch einer drin, ne? Hatten wir da auch mit den Zentauren vor. Zentauren, Raptoren, Harpien, weiß ich nicht, Penner, Spastis, Krüppel, die essen, was ich wegwerfe und so. Wir hatten alles hier heute im Brachland, ne? Wir hatten hier heute einfach alles. Das sind auch die Löwen. Die habt ihr da vorne schon gesehen. Hier sind sie wieder. Es ist auch eine spiegelreiche Welt. Freunde, ihr erinnert euch an den Timewalk and Talk Part, wo wir nicht nur über Spielspaß und Online-Games, sondern an den anderen, wo wir über Hidden Skins gesprochen haben. Und ich habe jetzt endlich besagten Skin für den Mage gefunden, den Hidden Skin, ne? Wo man einfach sämtliche, was heißt sämtliche, in jeder Zone von Legion eine Kreatur schieben muss, also verwandeln muss in Schaf, ne? Und dann hat man die Chance, wenn man seine Klassenhalle betritt, dass ein instabiles Schaf spawnt. Und wenn man das oft genug anklickt, explodiert das. Dann muss man in Halbsturmheim ein weiteres Schaf suchen, das auch anklicken, bis es explodiert. Und dann muss man in Wald von Elvin, in Turm von Azora und dann ein kleines Mini-Event abschließen, dann hat man den, ne? Also klingt verdammt simpel, ja? Klingt verdammt simpel. War es auch das längste, was eigentlich zu warten auf den Spawn in der Klassenhalle, ne? Wie es oft so ist. Danach dann einfach Target-Makro, Stormwind abgrasen, Stormwind, Stormwind abgrasen, ne? Und dann Attacke. Und dann hat man mit einer recht schönen Quest tatsächlich, die einem so ein bisschen das Ganze näher bringt, was ich bei vielen, nicht nur Hidden Skins, sondern bei vielen Skins wirklich auch vermisst habe, hat man wirklich so eine kleine aufklärende Storyline, was passiert, ne? Dann ein Bösewicht um und dann hat man das Ding. Fand ich sehr, sehr schön, war sehr, sehr angenehm, tatsächlich war auch mit ein bisschen Witz verbunden, ne? Mit dieser ganzen Schieb-Thematik von den Magiern und wie das Ganze schief gehen kann oder auch gut gehen kann. Insofern, das war für mich eine wirklich sehr, sehr schöne Hidden Skin... Hidden Skin Quest-Reihe, ne? Momentan sowieso am Farmen. Ich sag's sehen, die den Part nicht gesehen haben, ne? Vom Schorkengekämpfe bis zum Schamangekämpfe und Schatzkammer des Donnerkönigs. Und sowieso momentan ist halt nur Farmen, was so... Ja, was man noch so an Optik, sag ich mal, ne? Gut, also an In-Game-Optics, die nicht unbedingt mit Halluzinationen wirken und so, ne? Dass man dementsprechend da noch einiges aus Legion mitnehmen kann und dann nicht in BFA auf einmal dasteht und meint, ach, hier für dieses Artefakt muss ich eigentlich noch was irgendwie in Asuna freispielen oder so, ne? Unterscheidet sich grundlegend nicht von dem, was wir sonst machen, nämlich alte Raidsfarben, aber es ist schon ein Unterschied, ob wir im Stream oder so zusammen in einen alten Raid gehen, nebenbei uns ein bisschen unterhalten über irgendwas, über Bullshit, über das, was im Alltag passiert oder über Neuerungen in Legion und BFA und so weiter. Oder ob man halt dann alleine, quasi wirklich ganz alleine, neben irgendeinem Level, einen Demon Hunter, Trink oder so, der der einzige Mensch ist, der gerade auf den verhärten Inseln unterwegs ist, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, in Waishara Asuna irgendein Weltboss kämpft oder so'n Scheiß. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, wo man differenzieren kann. Nächster Drop von einem Rezept, was früher auch sehr begehrt war, Elixier des Riesenwuchs. Wir wissen, früher hatten wir nicht so hier eine Spielzeugbox mit irgendwie 10 Milliarden Spielsachen und so'n Kram und nochmal doppelt so vielen Kostümen. Was wären wir eigentlich durch Täuschungskugel? Ah, da wären wir ein Lernelf. Okay, krass, ja, good to know. Lernelfen, let's play plötzlich, Freunde, ne? Spontan, Fraktionswechsel und so weiter und trotzdem im Brachland weiterquesten. Easy Game. Und da war das nicht so. Und da hat man wirklich immer Haar und von Ra-Drops und so weiter, ne? Einfach gefahren, was einen irgendwie beeinflussen konnte. Und das waren zumeist eben Tränke. Das war zum Beispiel dann ab und zu mal ein Farm nachmittag in Winterquelle bei diesen Fuhrbolgs, ne? Mit diesem Feuerwasser der Winterquelle, was es dann im Verlauf auch vom Dunkelmond-Jahrmarkt nochmal gab in etwas härterer Version, ne? Was dann einfach den Angriff erhöht, aber signifikanterweise eben auch die Größe, ne? Und da hat man eben Tag ein, Tag aus da so'n Scheiß gefahren, sag ich mal. Oder hier diese Rezepte, die waren einfach Standard-Drops, damals auch seltenere Drops, davon abgesehen, ne? Und da brauchte man bestimmt auch noch mehr Materialien oder whatever. Aber das war einfach teuer AF, ne? Das war einfach super teurer Scheiß, ja? Weil es eben ein bisschen Einfluss auf das Aussehen deines Charakters hatte, ja? Und jetzt hast du so'n Haufen Mist, kriegst irgendwie Kostüme noch und noch von Quests rein oder Pads hinterhergeschmissen, ne? Oder kannst du dir in einer freien Welt mittlerweile einfach welche zähmen? Ja, oh, diese Schlange ist schön, die zähme ich so nach dem Motto, oh, wenn die jetzt grad nicht ging, bestes Beispiel davon, boah, ne? Das ist, das war alles gar nicht so, ne? Das ist schon ziemlich krass, wie sich das auch wirklich, wie auch das Gold und alles andere eigentlich so ein bisschen expandierend entwickelt hat, ne? Fast schon inflationär eigentlich, wobei von, von kosmetischen Spielzeugen, kosmetische Spielzeuge, also die, die euer Aussehen beeinflussen, kostümmäßig, ich glaube, davon jetzt von einer inflationären Expandierungsrate zu sprechen, und ja, ich hab das grad wirklich so gesagt, das ist, glaub ich, auch ein bisschen mutig, ne? Weil ich glaub, zu dem, was ich hier immer an allein Spielzeugen, die mein Aussehen verändern, irgendwie fünf Seiten habe oder so, ne? Ich glaub, das ist dann auch schon mit meinem sonstigen gesuchteten Farm und Mount-Farm und was so alles nebenbei droppt, Alter, verbunden, ne? Also ich glaube, das ist gar nicht so standardmäßig, wie wenn jetzt jemand einfach in aller Ruhe levelt, ja? Und jetzt Anfang von BFA von mir aus jede Klasse einem auf 110 gebüllert hat und allein dadurch dann schon eine Menge Gold hat, weil die Quests einfach mehr erbringen, weil man durchs Verkaufen mehr bekommt, weil die Repkosten nicht mehr so reinfallen beim Leveln, blablibli, blub hin und her, ne? Allein, weil man nicht so oft stirbt, Freunde, ja? Ich glaube, das ist dann schon eher der Fall, ja? Dass man sich bei diesem Gold zu Hause fühlen kann, es sei denn, man guckt jetzt ins Schwarzmarkt-Auktionshaus, das ist ja dann doch nochmal was für die Besserverdienenden unter uns. Und so, guck mal, ne junge Harp, hier können wir hier sogar zähmen, ne? Wir töten die Offiziere und wir klauen die Kinder, Freunde, wir sind hier der Held, oder? Wir sind hier der Held, sehr, sehr schön. Einmal gutes Beispiel jetzt hier eben, ne? Einfach ein Harpienhaus, hier, coole sei, wusste gar nicht, dass ich die schon habe, hör mal. Hallöchen. Ja, aber schön in blau, oder? Finde ich jetzt gar nicht so bad, muss ich sagen, finde ich gar nicht so bad. Schöne kleinen Möpschen am rumwackeln oder schön vorne, schön, schön, schön. So, ähm, vier von sechs, jawohl, das sind ja die Töterinnen. Das hier jetzt kein Rahmob ist, das wundert mich ein bisschen. Windruferin da oben, aber wir brauchen nur die Töterinnen, die Töterinnen sind die Offiziere, ne? Wer hätte es gedacht, Freunde? Man sieht es, aber man glaubt es kaum. Es ist wirklich so. Oh, und ich habe kein AOE ready, ne? Tod eurem Volk. Freunde, die machen hier, oder? Das ist aber kein Lange hin und her. Einfach nicht, ich töte dich oder ich werde dich ausweiden, so ganz klassisch, ne? Sondern Tod eurem Volk, Freunde. Holy shit, das ist so eine Ansage, da muss man dann schon aufpassen, ne? Wenn irgendwie schön besoffener Spilunke sitzt, weißt du, und willst mit dem Einschlagen hier kommen, ne, komm mal mit vor die Tür, wir müssen reden, so nach dem Motto. Ja, da lag kommen ins Café, wir müssen mal reden, ja, so nach der Auffassung so ein bisschen, und dann sagt er auf einmal nicht, ja, ich hau dir jetzt alle Zähne raus, sondern irgendwie schreit er auf einmal Tod deinem Volk, ja? Dann hast du irgendwie ein bisschen sehr getriggert, my boy, das muss ich dir so sagen. So, was machen wir noch? Brennen wir hier noch die Nester wieder nieder? Da hinten ist ein Riesenbaum, ist aber kein Weltenbaum, der ist einfach nur fett und hässlich, ne? Offiziere haben wir auch. Serena Blutfeder, Freunde, das ist ein Name, der sagt mir sogar was. Das ist ein Name, der sagt mir immer noch was. Ich hätte sie mir im Brachland verbunden, ich dachte, das wäre eine dieser Harpien-Mütter vielleicht auch aus dem Hial, ne? Mal sehen, Freunde. Die Harpien, die ihr getötet habt, sprachen von ihrer Matrone in Serena Blutfeder. So leidenschaftlich, wie die Harpien die Horde hassen, muss sie irgendeinen tief verwurzelten Groll gegen die Horde hegen. Ihr entschließt euch, Jagd auf Serena Blutfeder zu machen und die Sache ein für alle Mal zu Ende zu bringen. Finde ich sehr schön, weil das ist jetzt eine Quest, quasi so eine klassische Schlussfolger-Quest, wie ich immer gesagt habe, ne, dass wir nicht immer zurückrennen müssen, und dann müssen wir nochmal Pilzsporen hunden oder bla bla bla, sondern wir haben jetzt von den Harpien gehört, dass die unser ganzes Volk vernichten wollen, dass die uns alle hassen, und dann hauen wir halt einfach mal den Anführer weg, weil es scheint ja nicht besser zu werden, ne? Insofern, das finde ich auch toll vom Quest-Design her, und haben wir meiner Meinung nach viel zu wenig. Also das Quest-System an sich ist ja auch Schnieke, ne? Das ist ja auch eine tolle Sache-Keule, ne? Dass man da immer hier mit dem Abgeben und irgendein Gnom-Corder und der Questgeber spricht mit einem. Aber man ist dabei halt vom RPG-Aspekt ist man halt absolut nicht frei und wird völlig kontrolliert, ne? Aber hier, sagen wir jetzt so, der hat uns die Quest gegeben, die zu töten, ihr Kopf sieht aus wie der von einem Sukobus, okay, why not, ne, im Tooltip, tolle Sache, und entscheiden das jetzt aber selber, ne, und setzen im Ganzen quasi in unserem persönlichen Batzen drauf, ja, wie vorhin gesagt, die Sahne auf der Kirsche oder andersrum. Und das finde ich an sich schön, quasi rein vom RPG-Aspekt her, ne? Da, finde ich, ist das wirklich eine tolle Sache. Ja, muss ich zugeben, das wäre wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Das ist so ein bisschen der Nachteil beim Schorken und Ruinen, ne? Du kannst dich zwar überall sehr schön durchstelzen, wenn du dann allerdings schnell zurückkommen willst, dann ist es ja nicht wie beim Krieger- oder Palatring, wo du mit Kreuzfahrer stoßt und Zerschmettern irgendwie alles weg, One-Hit ist mit deinem vollen Account-Gier, und schon noch irgendwie Kreuzfahrer auf die Twing-Waffe, ne? Da hittest du nicht alles weg, sondern da steht ja dann alles, ne? Da steht ja dann alles. Das sind hier die zweitherzen Sachen im Raum, Freunde. Alles steht plötzlich. Und dementsprechend ist es manchmal blöder, auch den Rückweg zu finden, ne? Das ist so, und ich finde es gut, dass es so ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei den Stassern, ja? Das ist zwar schön, du kommst zwar durch, blabliblub, aber wenn du dich so drauf verlässt, ja? Haben wir bei One Piece gelernt, verlass dich nicht nur auf deine Teufelskraft, ne? Ja, wenn du dich nur drauf verlässt, dann wirst du einfach zerballert, mein Sohn. Ja, das ist so ein bisschen die Essenz, die wir uns hier, glaube ich, ganz klar mitnehmen müssen. So, Freunde, wir können ja mal hier die Puzzlebox nochmal drücken, ne? Wir sind ja wieder im Lore-Modus, Freunde, Comic-Analysen sind ja am Start. Darzog, ihr bekommt erst etwas, wenn ich Sirenas Kopf sehe. Warum sagt er das jetzt? Statt also in den Questtexten, wir haben diesmal nicht gelesen, aber er meinte doch nur, wie sollen die Harpien wegmachen? Warum weiß er jetzt von Sirena, oder? Wir gehen einfach mal davon aus, er hat davon gesprochen und wir haben, weil es Harpien töten war, nicht die Questtexte gelesen. Die Lehre saugt eure Seele aus, sie ist zufrieden damit, sich langsam zu laben. Freunde, das ist was, was ich einfach in einem zukünftigen Raw-Video benutzen werde, wenn wir über Allerias Verfall sprechen, ne? Denn wir sehen, die Lehre mag es, sich langsam zu laben, ja? Das heißt, unsere Windläufer-Schwester, die sagt, hier, ich ignoriere das alles, sie merkt gar nicht, dass es ein sickernder Prozess ist. Ah, toll, da haben wir es wieder, Freunde, so. Falls ihr euch fragt, wo nehmt ihr immer die Screenshots her, steht ihr eine Stunde lang da, levelt, questet, macht irgendwas, ne, macht das einfach nebenbei, und dann gucke ich, was davon von den tausend Bildern irgendwie in das Video passt. Total geil. Oder ihr, ja, Sirenas Kopf. Ha! Gut gemacht, Schuhgurke, sehr gut gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob ihr der Sache gewachsen seid, aber ihr habt euch als ausgezeichneter Halsabschneider erwiesen. Nochmal vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. The Herbien-Epidemie einzudämmen. Hier als eure Belohnung verwendet sie klug. Uh, den verwende ich wirklich klug, Junge, der ist aber schön. Meldung bei Tork. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, Tork, ne, schön bei dem Boss in Orgrimmar. Müssen wir bei PvP-Bratwurst vorbeischauen, ne, ob der gute Mann uns kurz den Dino zum Reden zur Verfügung stellt. Nun, da die Bedrohung hier eingedämmt ist, solltet ihr zum Wegeskreuz zurückkehren. Tork möchte mit euch sprechen. Leb wohl, Freund. Okay. Hast du eine Rakete für mich oder so? Nein, hat er nicht. Okay, muss ich sagen, bin ich recht zufrieden mit. Judi, Freund, reiten wir noch zurück oder fliegen irgendwie so halb mit diesen Mana-Rochen, die ich, by the way, extrem cool fand. Die fand ich mega, mega cool. Ich war auch damals ein Neta-Rochen-Freund und so zu BC, ne, obwohl die auch viele hässlich fanden. Ähm, ja, fand ich die mega cool, bevor Argus quasi released wurde, ne, so bei den ersten Data-Mining, bei den Leaks und was es alles gab. Da fand ich die mega geil. Und dann hattest du irgendwie allein als Viertwinker, durch die Masse der Eier, die du durch Ra-Kills und so bekommen hast, so beim Weltquesten, beim Durchquesten allgemein, hast du auf einmal so viele, dann hast du alle Pets, alle Mounds, blablilup, dann war der Rare, der den noch gekämmt hat, dass der auch eins droppen konnte. Und dann hast du auf einmal so viele, ich weiß gar nicht, wie heißen die Mana-Rochen, ne, dann hast du auf einmal, ich weiß nicht, ob ich alle habe mittlerweile, ich glaube, einer fehlt, ne, ich hab alle tatsächlich. So, und jetzt finde ich sie mittlerweile einfach wirklich exorbitant hässlich und scheiße, oder? Darum auch nur zwei von fünf in Favo-Mounds, das muss man auch erst mal schaffen, ne? Bei mir, Freunde, bei mir, jemandem, der wirklich sämtlichen Scheiß in seine Favo-Mounds ballert, ne, da muss man es wirklich erst mal schaffen, ja, alle schön, alle hier Süd, Ost, West, so, ne, Onyxia-Wind und so, man kennt das, ja, da muss man es wirklich erst mal schaffen zu sagen, so, eure Rasse an sich gefällt mir jetzt so wenig, dass ich von euch nicht mal, oder gerade so die Hälfte mit reinnehme, ne, das muss man auch erst mal hinkriegen, auf jeden Fall, die finde ich auch so schön, ja, oder? Ah, sind die nicht wunderschön, ich denke, ja. Ja, insofern, ne, nicht alles, was released wird, ist Pre-Release immer Gold, das muss man dazu sagen. Bolias hat uns letztens aufgeklärt, Freunde, Vanille, ja, Vanille ist teurer als Silber geworden, muss man sich mal geben, Vanille, Alter, Vanille, wenn es manchmal zu heiß ist, dann mache ich mir so ein bisschen schön Schmand aus dem Kühlschrank, ne, rühre da ein paar Erdbeeren rein, ein bisschen Vanillezucker zum Backen, fertig. Junge, künftig ist viel zu teuer, ne, machst du schön Schmand rein, machst du Erdbeeren rein, ein bisschen Silber drauf, so, oder? Muss ein bisschen knacken zwischen Zähnen dann auch, tolle Sache. Das ist der Lifestyle, Freunde. So, wir sind wieder am Stizzle hier, mein guter, schön, Darsock hat mir von euren Taten berichtet, ihr seid ja heute wahrlich eine wertvolle Schurkin. Schön, schließt euch dem Konvoi von Morshan an. Konvoi anschließend, das klingt so, als würde ich auch zeitnah was starten, Freunde, ich bin mir nicht sicher, vielleicht müssen wir da hin, vielleicht holt ihr uns ab, uah, ha, ha. Konvoi, immer gefährlich. Bis dahin, Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Parts, oder? Bis dahin, haut rein. Aber irgendwie haben hier alle Charaktere Probleme, damit Zügel und Lenkräder richtig zu halten, oder? Können wir das mal, können wir das mal festhalten? Ich meine, schön, wer sich denkt, ne, ich kann nicht so gut halten und ich bohre mir jetzt mit einer Bohrmaschine schnell zwei Löcher in jedes Handgelenk und stecke dann da die Zügel durch, kann man machen, oder? Bis dahin, Freunde, haut rein. Ciao. Bis dahin, Freunde. 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 Bis dahin, Freunde.